Und ich hüpfe einfach von der Bühne und du darfst starten. Danke Tom. Vielen Dank. Wenn ihr in ein neues Repo geht, in ein neues Code-Projekt, auf GitHub beispielsweise, wenn ihr contributen wollt bei ihrem Open-Source-Projekt, dann steht ihr zunächst mal vor einem riesigen Berg an Aufgaben, die vor euch liegen, bevor ihr die erste einzige Zeile Code schreibt, um zu contributen. Ihr braucht ganz unten einen Code-Editor. Visual Studio Code, PHP-Storm, manche nutzen VI oder Nano. Das braucht ihr natürlich. Dann braucht ihr für viele Projekte wahrscheinlich ein installiertes Node. Gut, vermutlich noch in der richtigen Version. Wenn ihr SAS-Kompilieren wollt, wenn ihr Abhängigkeiten nachziehen wollt, braucht ihr das auf eurer lokalen Maschine, um coden zu können. Ihr braucht natürlich auch PHP. Das sind die Versionssprünge nicht so groß, aber manchmal braucht man noch Composer dazu, um überhaupt das Projekt lokal zum Laufen zu bringen. Ihr braucht einen Webserver, ihr braucht eine Datenbank. Das machen manche mit XAM, mit LAMP, manche machen es mit Docker. All das braucht ihr, um überhaupt erst mal WordPress bei euch lokal installieren zu können. Und erst dann könnt ihr anfangen, die erste Zeile Code zu contributen. Da habt ihr schon eine ganz lange Reise hinter euch. Und genau hier kommen jetzt die Codespaces ins Spiel. Die sind nichts anderes als eine Abkürzung. Die Time-to-First-Line-of-Code wird drastisch reduziert. Ihr habt buchstäblich einen Klick, das zeige ich euch gleich, und da könnt ihr genau diese Punkte, die da bisher notwendig waren, die werden alle automatisiert, die werden in der Cloud, in einem GitHub-Codespace für euch vorbereitet und ihr könnt sofort anfangen zu coden. Und so schaut das Ganze aus. Das funktioniert für jedes GitHub-Repo. Das muss kein PHP-Projekt sein, das kann ein Java-Projekt, das kann ein Rust- und Go-Projekt sein, alles egal. Ihr braucht auch einen ganz normalen GitHub-Account, ihr braucht keinen besonderen Account dafür oder sowas. Ihr habt hier ein normales GitHub-Repo, in dem ist WordPress vorbereitet. Das schauen wir uns gleich an. Und da gibt es diesen Code. Und wenn ich jetzt hier draufklicke, dann geht hier einfach ein neues Fenster auf. Ich kann entweder dieses Repo ganz normal klonen, so wie ihr das schon kennt. Ich kann aber auch sagen, ich möchte einen Codespace kreieren, und zwar im Branch Main. Und da klicke ich jetzt drauf. Und was passiert jetzt im Hintergrund? In der Cloud, also auf einem Server von GitHub, wird ein Container hochgefahren, ein Docker-Container. In diesem Container wird ein VS Code hochgefahren. Und alles, was wir uns jetzt gleich anschauen, wird für euch vorbereitet. Das dauert eine Weile. Das heißt, ihr könnt erst mal, wenn ihr das erste Mal ein Codespace startet, erst mal einen Kaffee trinken gehen. Das erste Mal dauert es, weiß nicht, fünf, sechs, sieben Minuten, je nachdem. Aber der Codespace wird für euch zwischengespeichert. Und wenn ihr morgen wieder hingeht, dann ist diese lokale Entwicklungsumgebung in der Cloud für euch schon vorbereitet. Nach dem Kaffee trinken kommt ihr zurück. Und ihr seht dann hier, das ist in dem Falle eine VS Code Oberfläche. Also wer von euch VS Code kennt oder nutzt, kennt genau diese Oberfläche. Es gibt übrigens auch Module für PHP Storm. Dann könnt ihr das mit eurer lokalen Installation von PHP auch nutzen. Aber ihr seht in VS Code ganz normal, ich habe links das Repo schon ausgecheckt, automatisch. Das heißt, das sind die Dateien, die ganz normal im Repo drin sind. Ich habe hier meinen Code Editor, da ist die Readme MD automatisch geöffnet und ich habe hier unten dieses Terminal. Und normalerweise, also jetzt bisher ist lediglich das Projekt ausgecheckt in diesem Codespace. Was jetzt automatisch passiert, ihr könnt es per Hand machen oder automatisieren, bitteschön. Es wird ein NPM Install ausgeführt. Das heißt, die ganz normalen Abhängigkeiten werden installiert. Ihr seht dadurch auch Node. Node ist da auch schon vorinstalliert. Bitteschön. Die Spezialisten unter euch, was habe ich für einen Code hier ausgeführt? Mal reinrufen. Lars. Wenn diese Ausgabe kommt, welchen Befehl habe ich vorher ausgeführt? Wie bitte? Install. Was für ein Install? Composer Install. Genau. Das heißt, in dem Fall habe ich per Hand Composer Install ausgeführt, es werden die PHP-Abhängigkeiten installiert. Wie man das automatisiert, zeige ich euch in ein paar Minuten. Bitteschön. So. Dann mache ich hier ein NPM Run-Up. Das ist jetzt ganz speziell für dieses Projekt, weil als Entwicklungsumgebung für WordPress nutze ich in dem Falle WPN. Ihr könnt WordPress über die Kommandozeile installieren, ihr könnt WordPress mit einem eigenen Dash-Script installieren, so wie ihr das gewohnt seid. Ich nutze im Alltag WPN. Bitteschön. Das ist von WordPress, einige von euch werden es kennen, das ist von WordPress der Weg, um eine lokale Docker-Umgebung mit WordPress aufzusetzen. Und genau die nutze ich. Das heißt, das, was ich euch hier zeige, mit diesem Codespace, ihr könnt dieses Projekt auch ganz normal klonen und lokal ausführen. Es wird genauso funktionieren, aber komplett lokal in Maschine, wie im Codespace. Bitteschön. Das heißt, ich habe jetzt hier dieses Projekt hochgefahren, mit NPM Run-Up in dem Falle. VPN wird gestartet. Das bedeutet, im Hintergrund, es werden mehrere Docker-Container gestartet und ich habe WordPress am Laufen. Man sieht es hier unten auch, WordPress-Development-Seite started at, so, da haben wir jetzt das Problem, started at localhost. Ich bin ja in der Cloud. Wie schaut das aus? Das macht jetzt Codespaces für mich automatisch. Ich habe hier verschiedene Ports, die werden einfach weitergeleitet. Das heißt, ich habe hier, ohne dass ich bisher irgendwas gemacht habe, ich habe nur auf Create Codespace on Main geklickt, ich habe hier ein WordPress installiert und ihr seht oben die Adresse. Die setzt sich zusammen aus erst mal SSL, HTTPS und dann Codespaces bekommen irgendwelche klingenden Namen automatisch. Ich kann den Namen zwar vergeben, aber ich kann den Standardnamen nutzen. In dem Falle eben bookish space basin, dann irgendein random string und dann app.gitter.dev. Das heißt, im Codespace läuft mein localhost und der wird hier einfach nur weitergeleitet, sodass ich das ganz normal nutzen kann. Das kann auch nur ich nutzen, weil das mein Codespace ist. Das kann niemand anders mit einem GitHub-Account nutzen, aber ich habe das hier, habe den vollen Zugriff drauf. Gehen wir wieder zurück in den Code-Editor, der ja auch komplett im Browser läuft. Ihr seht hier die einzelnen Ports, also bei VPN ist es so, es werden mehrere Ports aufgemacht, es gibt die normale Installation von WordPress, es gibt eine Testumgebung, aber die sind hier auch nochmal genau aufgelistet und da kann ich direkt drauf zugreifen und damit arbeiten. In dem Falle habe ich in dem Codespace, den, ich kann ihn, also wie ich ihn konfiguriere und anpasse, zeige ich euch gleich. Was in dem Beispiel Codespace drin ist, das ist schon ein Codesniffer, also PHP-CS, der einfach schaut, ob meine Linting-Rules, ob ich die Abstände richtig gemacht habe, ob ich die Klammern an der richtigen Stelle setze und so weiter. Das überprüft er schon und zwar wird schon der WordPress-Standard ist schon voreingestellt. Das müsste ich sonst bei mir lokal einfach daran denken, dass ich das mache. Wenn ich mit verschiedenen Projekten arbeite, dann muss ich das manchmal hin und her wechseln. In dem Falle ist das automatisch schon drin. Ihr seht, hier ist es unterkringelt, weil eben hier das Leerzeichen fehlt. Ist von Haus aus dabei, ohne dass ich irgendwas mache. Ich habe in diesem Beispiel-Repo auch schon den Code-Beautifier drin. Das heißt, wenn ich selber, ich weiß ehrlich gesagt nie, wo ich eine Klammer setzen muss, also eine Klammer schon, aber wo das Leerzeichen hin muss und so weiter. Ich gehe auf Dokument formatieren und dann macht er das automatisch. Ist von Haus aus dabei, ohne dass ich auf irgendwas Rücksicht nehmen muss und das eine andere PHP-Version. Ist ja alles gekapselt in der Cloud. Ich habe auch schon WordPress-Dokumentation dabei. Also wer VS Code nutzt, es gibt ja eine Reihe von VS Code Extensions, speziell für die WordPress-Entwicklung, also Dokumentationen beispielsweise, ist standardmäßig schon drin. Ich fahre mit der Maus einfach über einen WordPress-Funktionsaufruf und bekomme dann hier eben die Zusatzinformationen, ohne dass ich irgendwas machen muss. Das Ganze läuft ja auf GitHub. Das heißt, ich habe auch automatisch schon dieses Git-Repo ausgecheckt. Das seht ihr jetzt ganz links. Ich könnte jetzt hier meine Änderungen einfach committen. Das kann ich bei mir in meinem Repo machen. Wenn ihr zu einem anderen Repo contributen wollt, da teilnehmen wollt, dann könnt ihr auch, dann ist der gängige Weg eigentlich, dass ihr zuerst mal dieses andere Repo forkt, dann habt ihr das ganz normal und dann habt ihr in diesem geforkten Repo euren Codespace. Weil die Konfiguration des Codespaces, zeige ich euch gleich, das sind einfach nur zwei Dateien, die in diesem Repo mit abgelegt werden. Das heißt, wenn ich dieses Repo forke, forke ich damit auch die Voreinstellung für diesen Codespace. Genau, und jetzt möchte ich euch mal genau zeigen, wie diese Einstellung, wie diese Konfiguration von einem Codespace funktioniert. Wahrscheinlich auf der nächsten Folie zeige ich euch das. Genau. Das hier ist jetzt ein, dieses Repo, das ich euch gerade gezeigt habe, dem VPN hochgefahren wird und dieses Repo hat ein zusätzliches Verzeichnis, das heißt Punkt Dev Container. Und in diesem Verzeichnis sind zwei Dateien drin, nämlich die Dev Container JSON, da sind die Voreinstellungen für den Codespace drin, und Post Create Command SH, das heißt, ihr könnt, wenn ihr den Container hochfahrt, noch arbitrary eigene Befehle hochfahren. Schauen wir mal in die Dev Container JSON rein. Das ist eine normale JSON-Datei, die sagt zum Beispiel in diesen drei Zeilen in meinem Codespace brauche ich PHP, ich brauche Node und ich brauche Docker in Docker. Das sind die Voraussetzungen, von denen ich vorhin gesagt habe. Man braucht Node, man braucht PHP, man braucht Docker. Mehr brauche ich nicht, weil Apache und MySQL ist ja dann in Docker gekapselt quasi. Und dann sage ich weiterhin, ich möchte, wenn man das in VS Code aufruft, noch ein paar Extensions haben, die es in VS Code einfach gibt. Das heißt zum Beispiel die WordPress-Docs oder den PHP-Codesniffer und Code-Putifier. Das muss ich nicht nutzen, um zu arbeiten mit VS Code, aber hilft natürlich im Alltag, wenn diese Extensions schon installiert sind. Und dann sage ich, hey, wenn das Ganze hochgefahren wird, dann führe bitte noch diese Befehle aus, die in Post-Create-Command definiert sind. Das sind genau diese Befehle, Post-Create-Command. Das heißt, dieser Docker-Container wurde hochgefahren, das läuft alles und was mache ich hier im Endeffekt? Ich mache das, was ich euch vorhin gesagt habe, ein NPM-Install, ein Composer-Install und dann ein NPM-Run-Up. Damit wird mein Projekt automatisch hochgefahren, ohne dass der Programmierer oder die Programmiererin, die zum ersten Mal dieses Projekt nutzen und konfiguten will, irgendetwas machen muss. Zu guter Letzt kann ich noch für VS Code die Einstellungen speichern, also die Settings. Also VS Code habe ich den Dark-Mode oder den Hellen-Mode, welche, möchte ich mir Zeilennummern anzeigen oder nicht, möchte ich, wenn es gespeichert wird, automatisch formatieren und so weiter. Das sind die ganz normalen, regulären Einstellungen. Wer PHP-Storm verwendet, für den wird diese Datei einfach ignoriert und wer VS Code verwendet, der hat dann diese Voreinstellungen, von denen kann man abweichen, aber in dem Falle ist es eben schon von vornherein als Vorschlag mit dabei. Ja, genau, das war es auch schon. Das heißt, hier nochmal zusammengefasst, um in eurem Projekt nach der Mittagspause einen Codespace anzulegen, müsst ihr im Endeffekt nur einen Punkt Dev-Container-Verzeichnis anlegen und da eine Dev-Container-JSON reinlegen. Voraussetzung, um das dann nutzen zu können, ist ein Browser. Das heißt, wenn ihr am Samstag Nachmittag zu euren Eltern fahrt, euer Laptop leer ist, sagt ihr, hey Mama, gib mal schnell deinen Computer, loggt euch ein und dann wird dieser Codespace hochgefahren und ihr könnt an jedem beliebigen Computer, wo ihr auf euren Zugriff auf euren GitHub-Account habt, den Codespace nutzen. GitHub-Account ist Voraussetzung, aber der ist kostenlos und hinter dem QR-Code versteckt sich dieses Beispiel, das ich euch gezeigt habe. Viel Spaß beim Coden und vielen Dank fürs Zuhören. Applaus Zuhören 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 Zuhören